Was für Jugendliche kommen einem in den Sinn, wenn man an Maurerlernende auf dem Bau denkt? Und wer macht im Normalfall eine Lehre in einer Zahnarztpraxis? In der Schweiz gibt es viele Berufe, wo man ganz klar einem Geschlecht zuordnen kann. Aber wie kann man das ändern? Mit dieser Frage hat sich Patricia Palfi von der Uni Zürich beschäftigt. Ich bin Marc Kurtschert und das ist Inside Berufsbildung. Hallo Patricia, schön bist du da. Hallo Marc, ich freue mich sehr zu da sein. Zuerst einmal zum Anfang, kannst du dich kurz vorstellen, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag? Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Zürich und am Leadinghouse für Berufsbildungsökonomie. Das ist ein Forschungszentrum, das sich verschiedene Fragestellungen rund um Berufsbildung mit ökonomischen Methoden anschaut. Das heisst, in meinem Alltag schaffe ich wirklich verschiedene Forschungsprojekte, die alle in Bezug zur Berufsbildung haben. Und ab und zu unterrichte ich noch ein Seminar an der Uni Zürich. Sehr gut. Ja, der Grund, wieso wir beide heute miteinander reden. Du hast von der Uni Zürich mit Justi zusammen ein Projekt gemacht oder eine Studie zu dieser Thematik Männer- und Frauenberufe. Und ich habe es eben bei der Einleitung gesagt, es gibt in der Schweiz einige Berufe, wo man klar einem Geschlecht zuordnen kann, wo all das auch so in den Köpfen ankert ist. Und das ist ja nicht ein neues Phänomen. Seit vielen Jahren wird das auch diskutiert. Und gleich aber auch, gerade vor zwei Wochen, habe ich in der NZZ in einem Bericht gelesen, dass im Baumeisterkurszentrum Zefretiken Mädchen als Maurerlernende oder als Schnupperlernende gehen konnten. Und dort waren 20 Mädchen und konnten den Beruf entdecken. Und so ein Schnuppertag war ein Versuch, mehr Mädchen für diesen Beruf zu begeistern, weil das für die Baubranche auch nicht einfach ist. Die Zahlen sprechen auch für sich. In der Schweiz weit sind von 100 Lernenden. Maurerlernende ist genau etwa weiblich. Also eine von 100. Auch in anderen Berufen ist es klar, wenn man zum Beispiel den Strassentransportfachmann anschaut, dort sind es 15 von 100 weiblich. Wir haben in der Folge 9 auch mit Thomas Gerber von Planzer über das geredet. Und er hat auch gesagt, der Strassentransportfachmann ist in den Köpfen ein Männerberuf. Und natürlich haben wir auch das umgekehrte Beispiel, wenn wir zum Beispiel MPA anschauen, wo 95% der Bewerbungen von Mädchen kommen. Also dort haben wir das umgekehrte im Extrem. Wir möchten heute darum über das Experiment reden, das ihr gemacht habt. Bevor wir aber zu diesem kommen, habt ihr euch ja noch mit den sozialen Normen in der Berufswahl beschäftigt, was uns nachher auch hilft zum Verständnis. Kannst du vielleicht kurz erklären, was sie dort gemacht haben? Und noch allgemein, soziale Normen sind ja eine Erwartung der Gesellschaft oder vom Umfeld, vom Freundeskreis. Genau. Also in diesem ersten Projekt haben wir uns die Bedeutung von sozialen Normen für Berufswahl angeschaut. Und mit sozialen Normen meint man wirklich die gesellschaftlichen Erwartungen. Was gehört sich für einen Mann oder nicht? Was gehört sich gesellschaftlich für eine Frau oder nicht? Andere Werte, die man dort oft gehört, sind Geschlechtsstereotypen oder Geschlechterrollen. Und in diesem ersten Projekt haben wir dann durch eine regionale Analyse herausfinden, wie so soziale Normen in der Schweiz verankert sind. Und wir sehen, sie sind noch stark verankert. Und erstaunlicherweise sehen wir auch, dass junge Männer ihre Berufswahl sogar noch stärker an den sozialen Normen in einer Region ausrichten als junge Frauen. Wir denken, das ist insofern erstaunlich, als dass die ganz öffentliche Diskussion und auch die Forschung für lange Zeit immer argumentiert, dass die Frauen noch fest in ihren Geschlechterrollen feststecken und man in die Männerwelt öffnet. Und das ist natürlich auch gut so und da soll man auch unbedingt dranbleiben. Aber was dabei oft etwas untergeht, ist, dass auch die Männer noch fest in ihren Geschlechterrollen stecken und durch soziale Normen zum Beispiel ihrer Berufswahl auch eingeschränkt werden. Und du hast die Region angesprochen. Kann man da so ein bisschen einen Stadt-Land-Graben feststellen oder wie ist das? Ja genau. Also wir haben regional geschaut, wie stark so soziale Normen ausprägt sind, unter anderem mit Abstimmungsdaten, in denen man in der Schweiz fünf verschiedene Regionen sieht. Als Beispiel für einen Kanton, der eher noch traditionelle soziale Normen hat, wäre der Kanton Appenzell-Innenrode. Ein Kanton, der eher weniger traditionelle Normen hat, wäre Genf oder Basel-Stadt. Was man sich auch intuitiv wahrscheinlich noch gut vorstellen kann. Und das sind aber viele Sachen, die auch jetzt, abgesehen von den Berufswahl, auch so, ich nehme an, gesellschaftlich verankert sind. Oder kann man das vielleicht auch mit den Hobbys vergleichen, also mit der Wahl von den Hobbys? Genau, das ist ein interessanter Vergleich. Es gibt auch Studien aus der Psychologie, die wirklich sagen, die Geschlechterrolle ist heutzutage sogar enger definiert für Männer als für Frauen. Und das sieht man eben schön, wenn man einen Vergleich würde, zum Beispiel zu den Hobbys, zu der Sportwahl, wo Frauen heutzutage Fussball spielen können, einen Kampfsport machen, tanzen, ist alles möglich, wird alles gemacht und man zieht auch nicht so viel Aufmerksamkeit jetzt auf sich, wenn man das macht. Ein Bub, der Ballett macht oder Eisgrundschlauch, ist eben doch noch seltener und würde wahrscheinlich auch noch mehr Blick auf sich ziehen. Gut. Und ihr habt es ja auf beide Geschlechter natürlich angeschaut, weil es ja auch wichtig ist, bei beiden Geschlechtern etwas zu machen. Wenn wir jetzt zum Experiment kommen, zum Verständnis, ihr habt das Experiment ja in der Orientierungsphase der Berufswahl gemacht, das heisst in der Phase, in der der Jugendliche sich informiert über die verschiedenen Brüfe, wo er dann die Brüfe kennenzulernen kann. Und in der Orientierungsphase haben wir zum Beispiel eine Berufsmesse in den verschiedenen Regionen, wir haben die Swiss Skills, die dieses Jahr waren, und wir haben auf Justy die verschiedenen Berufsbilder, also zu den rund 250 Brüfen haben wir ein Berufsbild, wo sich ein Jugendlicher ein Bild machen kann. Das war eigentlich eure Ausgangslage, oder? Was habt ihr dann gemacht, um herauszufinden? Genau, wenn ich nochmal ganz kurz etwas zur Ausgangslage sagen darf. Was man dort auch sieht, ist, dass für typische Frauen- und Männerberufe oft Vorbilder fehlen. Man kennt halt nicht so viele Polymechanikerinnen oder man kennt nicht so viele Fachmännerbetreuung. Und wie vor ein paar Wochen gerade eine LinkedIn-Diskussion gezeigt hat, ist, wenn man zum Beispiel den Beruf Automatikerin EFZ googelt, dann sagt Google, meintest du Automatiker-EFZ, oder stattdessen suche nach Automatiker-EFZ. Und all diese Sachen verstärken natürlich die Bilder von den typischen Frauenberufen und Männerberufen noch mehr und können abschreckend wirken für die Jugendlichen, die sich für so einen Beruf interessieren würden. Und in diesem Kontext jetzt wollten wir ansehen, was kann man denn machen, was können wir mit euch, mit Justy machen, dass im Berufswahlprozess Frauen weniger von so typischen Männerberufen abgeschreckt werden, dass man ihr Interesse wecken kann, dass sie sich vielleicht sogar stärker dafür bewerben. Und dasselbe auch, was kann man machen, dass Männer im Berufswahlprozess weniger von typischen Frauenberufen abgeschreckt werden, sich dafür interessieren und eventuell sogar mehr dafür bewerben. Eure Fragestellung war ja schon, wie kann man das dem anderen Geschlecht öffnen, oder in diesem Fall dem Mädchen öffnen sozusagen? Genau, und wie kann man auch schauen, dass die Jugendlichen wirklich die volle Palette an beruflichen Optionen wahrnehmen und nicht nur die geschlechtstypischen, die auch alle Freundinnen oder Freunde machen. Das war schon das Grundziel. Und wie sind ihr nachher vorgegangen? Dann haben wir zuerst mal Gespräche geführt mit Jugendlichen, mal geschaut, was denken sie über dieses Thema, was sind so Hürden, die es gibt und haben nachher ganz kurze Informationsmassnahmen entwickelt, die genau nicht diesen Stereotypen, diesen sozialen Normen entsprechen sollen. Kannst du vielleicht gerade schon sagen, was ist so, also wenn wir jetzt nochmal ein Beispiel, wir können jetzt Informatik nehmen, was ist denn jetzt so ein Stereotyp? Ein stereotypisches Bild eines Informatikers wäre zum Beispiel, dass er alleine an seinem Computer sitzt, in einem dunklen Kämmerli und sein Code schreibt, ohne Kontakt zu anderen Menschen. Und das stimmt natürlich heutzutage überhaupt nicht. Sondern es ist wichtig, dass man sich austauscht, Teamarbeit ist wichtig, man sammelt Ideen, man sitzt auch nicht in einem dunklen Kämmerli, sondern oft in hellen Büros. Genau, das wäre so ein Stereotyp, das gar nicht der Realität entspricht, wo man dem entgegenwirken kann. Und auch Eigenschaften erwähnen, Fähigkeiten wie Teamarbeit, die sich mehr damit identifizieren können. Also solche Stereotypen haben vermutlich auch in der Vergangenheit oder auch noch aktuell schrecken manchmal das andere Geschlecht ab sozusagen. Genau. Gut, und du hast ja gesagt, weibliche Vorfelder fehlen schon ganz klar in diesen Brüfen. Ja, also wenn wir jetzt nochmal das Informatikerbeispiel vor uns nehmen, was haben wir nachher gesagt? Eben, wir haben die Informationsseite. Und was haben wir nachher mit dieser gemacht? Wir haben auf dieser Informationsseite kurze Bilder, Videos und kurze Texte mit Fakten einblendet, einerseits zu Technik- und Informatikbrüfen als Beispiel für typische Männerbrüfe und auf der anderen Seite Gesundheits- und Betreuungsbrüfe als Beispiel für typische Frauenbrüfe. Und bei diesen Technik- und Informatikbrüfen haben wir dann, wie du gesagt hast, explizit auch weibliche Lernende in ihrem Berufsalltag gezeigt. Zum Beispiel eine Polymechanikerin, die zusammen mit einem Polymechaniker an einer Fräsmaschine arbeitet, oder eine Informatiklernende, die in einem hellen Büro an einem Computer arbeitet und sich mit anderen austauscht. Und wie man vorher auch schon gesagt hat, haben wir dann zusätzlich Fähigkeiten hervorgehoben, die in diesen Brüfen wichtig sind, aber nicht so dem stereotypischen Berufsbild entsprechen, wie Teamfähigkeit für Informatiklernende oder dass man sorgfältig und genau in Technikbrüfen arbeiten muss. Also zusammengefasst haben wir eigentlich zwei Sachen gemacht. Zum einen haben wir eben die Vorbilder integriert, die wir bis jetzt noch nicht in dieser Form haben. Und zum anderen haben wir eigentlich die Stereotypen herausgenommen und andere Skills hervorgehoben. Und parallel dazu haben wir das dann auch bei den Gesundheits- und Betreuungsprüfen gemacht. Dort dann auch männliche Lernende gezeigt, nicht nur, aber auch im Zusammenspiel mit weiblichen Lernenden. Und haben dort in kurzen Text auch die Weiterbildungsmöglichkeiten und die Karrieremöglichkeiten in diesen Prüfen hervorgehoben. Das heisst, das Prinzip war bei beiden Geschlechter dann das Gleiche. Kannst du mir vielleicht zuerst noch ein Beispiel für die andere Seite sagen, für die Pflege, wo man vielleicht ein Stereotyp hat, wo man vielleicht ein Mädchen im Kopf hat in einem Altersheim, in weiss gekleidet. Wie haben Sie versucht, diesen Stereotyp umzukehren oder für die Männer anzupassen? Also dort haben wir einerseits dann männliche Lernende im Berufsalltag gezeigt, die nicht nur mit alten Leuten arbeiten, sondern dann auch mal mit der Medizintechnik etwas machen. Oder dann Teamsituationen, wo sie mit Frauen und Männern am Tisch sitzen. Und dort haben wir auch aufgezeigt, mit kurzen Bildern und Text, dass man natürlich auch in einem Gesundheitsberuf aufsteigen kann, zum Beispiel zum Abteilungsleiter, um ein Beispiel zu nennen. Also vielleicht etwas, das die Männer oder auch die Jungen eher dann zum Teil reizt vielleicht. Das ist jetzt auch wieder eine Stereotyp. Genau, das wäre wieder ein Stereotyp. Man kann keine Karriere machen im Gesundheitsberuf oder man kann das nur in Technikberuf. Das heisst, wir haben das auf beiden Brüfe probiert, also Männer- und Frauenbrüfe. Und was ist nachher passiert? Genau, nachher haben wir uns die Bewerbungen angeschaut und dort haben wir gesehen, dass Frauen, die die nicht stereotypischen Informationen zu typischen Schamanenprüfen, zu Technik und Informatik bekommen haben, die haben sich wirklich mehr für Schnupperlehren in Technik- und Informatikprüfen beworben. Dort hat es tatsächlich etwas bewegt. Bei jungen Männern haben die Infos zu Gesundheits- und Betreuungsprüfen leider nichts bewegt. Es hat sich nichts geändert. Das heisst, es ist eigentlich schon mal positiv zu sehen, dass man mit dem etwas bewegen kann. Eben mit weiblichen Vorbildern und auch die Stereotypen aus der Welt schaffen. Aber wieso hat das noch für die Frauen geklappt? Sind Frauen einfach offener oder wieso? Genau, das ist eine sehr gute Frage und eine grosse Frage, die wir uns natürlich auch stellen. Es ist so, dass es zu Frauen in Männernprüfen oder auch in anderen Männern dominiert wird. in den Bereichen, wie zum Beispiel Führungspositionen. Es gibt schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten sehr viel Forschung. Es ist ein grosses Thema auch in der Politik, in der öffentlichen Diskussion. Es gibt Kampagnen und Interventionen. Es wird sehr viel gemacht. Und jetzt weiss man langsam, was funktioniert. Man weiss langsam, dass Vorbilder wirklich wichtig sind. Und was man auch sieht, ist, dass die Gesellschaft auch sensibilisiert ist für das Thema. Es ist ein grosser Punkt, dass Frauen eingeschränkt werden in der Berufswahl durch Stereotypen, durch soziale Normen. Und das stimmt auch. Das ist sehr gut so. Das soll man unbedingt weitermachen, weiter dran bleiben. Aber wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir vielleicht auch mal noch einen Blick auf die Männer werfen. Und genau auch dort schauen, wie die eingeschränkt werden durch Stereotypen, durch Normen. Wie könnte man ihnen auch mehr die Frauenwelt öffnen? Was glaubst du denn, also wieso hat das nicht bei Männern geklappt? Das Prinzip ist ja das gleiche gewesen. Du hast es gesagt, bei den Frauen hat man vielleicht schon mehr Erfahrung gehabt. Auch gesellschaftlich ist das schon viel mehr. Seit Jahren ist man das diskutieren. Aber wieso klappt das für Männer nicht? Genau. Wir vermuten, dass es daran liegt, zusammenhängend mit unserem ersten Projekt, dass sich junge Männer noch viel stärker an so gesellschaftlichen Normen ausrichten. Dass ihre Rolle einfach auch noch enger definiert ist. Und dass dort wirklich die ganze gesellschaftliche Fokus, all die Kampagnen, Interventionen, die man bei den Frauen gemacht hat, um zu zeigen, ihr könnt auch in diesem Bereich, das ist auch gut, das ist auch cool, einfach noch fehlt. Das heisst, du würdest sagen, das ist auch ein gesellschaftliches Phänomen. Wo könnte man da am ehesten ansetzen? Also muss man da vielleicht auch mehr mit Eltern, mit Schulen schauen? Genau. Sobald es natürlich gesellschaftlich ist, mit Stereotypen, Normen, muss man in verschiedenen Bereichen ansetzen. Und wenn möglich auch schon früh bei den Eltern in den Schulen. Was wir halt in diesem Projekt haben wollten, ist, kann man etwas im Berufswahlprozess machen? Weil das andere dauert natürlich lange. Und ja, bei den Frauen klappt das. Bei den Männern sind die kurzen Videos, Bilder aber anscheinend einfach noch zu wenig. Es heisst nicht, dass das nicht funktioniert, aber es ist vermutlich einfach zu wenig, um etwas zu bewegen. Und man muss insgesamt mehr machen, einen grösseren Fokus darauf setzen, in verschiedenen Bereichen. Firmen, aber auch in Schulen, Älteren. Da müssen wirklich alle zusammenspielen, damit es zu einem gesellschaftlichen Wandel kommt. Und eben, du sagst, die sozialen Normen sind doch noch entscheidend, besonders auch bei Männern. Jetzt eben gewisse gesellschaftliche Sachen kann man ja nicht so schnell ändern. Oder da braucht es auch sehr viele. Eben, du hast gesagt Eltern, auch Lehrfamilien. Wir wollen ja aber noch etwas über das reden, was man ändern kann. Und wenn ich jetzt mich als Betrieb frage, wenn wir jetzt einmal auf Frauen zurückkommen, als Lehrbetrieb oder auch als Verband und sage, ich will mehr Frauen für diesen Beruf begeistern, weil das ist ein Potenzial. Was würdest du so einer Firma oder so einem Verband empfehlen? Genau, für Frauen wissen wir jetzt wirklich durch unsere Studie, aber auch durch andere Studien, dass weibliche Vorbilder wirken und nicht stereotypische Beschreibungen, wie wir es vorher gesagt haben. Das sind effektive Instrumente, die man anwenden kann in Stellenausschreibungen, bei Kampagnen, bei Berufsbeschreibungen, also in verschiedenen Bereichen. Und was auch noch wichtig ist und was man auch in unserer Studie gesehen hat, ist, dass Schnupperlehren sehr wichtige Stellschrauben sind. Weil Schnupperlehren erlauben, den Jugendlichen einen Beruf einfach auszuprobieren, zu schauen, ob das etwas für mich ist, ohne dass sie schon ein grosses Risiko eingehen müssen. Das wäre anders, wenn sie sich direkt auf eine 3- oder 4-jährige Lehre bewerben müssten. Wir glauben auch, dass das ein grosser Grund ist, warum es bei den Frauen geklappt hat. Also nicht versus Männer, sondern warum hat es überhaupt geklappt. Weil sie sich dann mal auf Schnupperlehren in diesen Bereichen bewerben konnten und dann mehr Infos sammeln. Ist das einfach die Hürde, die dort auch noch weniger gross ist? Genau, die Hürde ist klar weniger gross bei Schnupperlehren, als sich dann direkt für so eine 3-4-jährige Lehre zu bewerben. Das heisst, wenn ich jetzt für Elektroinstallateur mehr Frauen auch für meine Firma gewinnen will, dann müsste ich eigentlich sagen, ich muss im besten Fall in meiner Firma nach einem Beispiel suchen. Eine Frau, die das geschafft hat, die auch sinnbildlich für andere Frauen eintreten können. Das wäre eine gute Strategie. Wichtig ist nicht immer noch, dass sich andere Frauen auch mit dem Vorbild identifizieren können. Also dass es jemand ist, der denkt, das könnte wirklich auch ich sein. Die hat vielleicht auch nicht immer gedacht, sie ist so gut in Mathe, aber sie hat es dann trotzdem geschafft. Also wenn man da den Bezug machen kann zu dem, wo sich viele Frauen oder Mädchen damit identifizieren, umso besser und umso besser wirken die Vorbilder dann auch. Wenn ich jetzt aber als Firma sage, ich mache jetzt nur noch Videos mit Frauen, dann verfälscht das ja auch ein bisschen das Bild, oder? Vielleicht ist das ein Beruf, der immer noch drei Viertel Männer macht. Auch wenn ich jetzt fünf Videos gemacht habe. Da ist es uns auch sehr wichtig gewesen, dass wir doch noch im Bereich vom Realistischen bleiben und nicht plötzlich nur noch Frauen zeigen. Darum hat es auf diesen Bildern und Videos auch immer noch Männer gehabt, oder auch bei Gesundheitsberufen immer noch Frauen, um dort nicht ein sehr unrealistisches Bild zu vermitteln. Bei den Männern, das hast du auch vorhin gesagt, da braucht es einfach auch noch mehr Sensibilisierung in der Gesellschaft. Aber ist es trotzdem auch spannend, oder? Wenn ich jetzt, ich nehme jetzt MPA oder auch die Talassistentin, lohnt es sich auch für solche Prüfe eigentlich, den Männer das mehr schmackhaft machen? Oder wie würdest du das machen? Auch wenn man das jetzt gleich probieren würde. Auch wenn man jetzt gemerkt hätte, vielleicht hätte es jetzt noch nicht so gleich gut geklappt. Die Männer sind noch ein bisschen eine Knacknuss, was dort am besten funktioniert, aber man muss ja mal irgendwo anfangen. Vorbilder sind sicher nicht schlecht, um zu zeigen, das können auch Männer machen. Und dann gibt es auch erste Studien, die zeigen, dass bei Männer vielleicht auch ganz andere Ansätze wirken können. Wie zum Beispiel, dass man den Gesundheitsberuf mehr als Challenge beschreibt, vielleicht auch ein bisschen das kompetitive Element hervorhebt. Dass solche Sachen, die bei den Mädchen natürlich nicht wirken für Technik- und Informatikberufen, etwas erreichen können. Und was man natürlich auch immer machen kann, ist wirklich mit den Jugendlichen reden, die sich für so einen Beruf oder gegen so einen Beruf entscheidet, vielleicht die Lernenden, die man im Betrieb hat. Was hat es dann für sie ausgemacht? Und dann dort ansetzen. Also auch fragen, wieso hast du dich dazu entschieden? Genau. Oder was ist für dich schwierig in diesem Beruf? Was macht es dir schwierig? Was könnte man machen, um andere zu motivieren? Vielleicht auch darum noch eine andere Problematik, oder was schwierig ist. Also zum ersten Mal als Beispiel noch der Schweizerische Maler- und Gipsenverband macht in diesem Bereich auch schon seit Jahren sehr gute Arbeit, sehr positive Entwicklung. Fast die Hälfte der Malerinnen sind Frauen. Was man aber jetzt da eher für eine Problematik hat, dass nach der Lehre die Frauen oftmals nicht weitermachen. Also das ist ja dann wieder ein Problem. Jetzt hat man es zwar vorne, aber nachher gehen sie gleich weg. Im Prinzip haben wir hier zwei verschiedene Schritte. Wir haben den ersten Schritt, dass wir überhaupt mal das Interesse wecken und dann überhaupt Bewerbende haben. Und der zweite Schritt ist dann natürlich, dass man es auch behalten. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Man kann nicht den ersten Schritt machen und dann beim zweiten Schritt nichts mehr machen. Beide Schritte kommen mit verschiedenen Problemen und Ansätzen. Über das erste haben wir geredet. Über das erste ist ja auch der Fokus von unserem Projekt. Beim zweiten Schritt, beim Palter, dort sind dann andere Sachen wichtig, wie dass man den Frauen jetzt in Technik, Informatik, typischen Männerberufen, vielleicht Austauschmöglichkeiten gibt mit anderen Frauen. Sachen wie Mentoring oder die Gestaltung vom Arbeitsplatz, sich auf die Diversität und die neuen Ideen, wo Frauen vielleicht auch reinkommen, sich dann auch einlässt. Das ist wie ein zweites Thema und wahrscheinlich ein Thema für einen zweiten Podcast. Aber was auch dort wichtig ist, ist, dass sie im ersten Schritt gut informiert sind, sich ein realistisches Bild vom Beruf machen können. Und auch dort sind Schnupperlehren wieder sehr wichtig. Also aber auch wie so ein Netzwerk meinst du jetzt? Oder wie es vielleicht auch für Unternehmerinnen als Beispiel gibt? Genau, dass man nicht alleine ist, dass man sich mit anderen Frauen in diesem Bereich austauschen kann. Die Grundsatzfrage. Wir haben immer die Gleichberechtigung und die beiden Geschlechter, die zu vielen Themen diskutiert wird. Aber es stellt sich ja auch die Frage, braucht es das überhaupt für jeden Beruf 50-50 Verhältnis, 50% Männer, 50% Männer oder ist es nicht einfach Tatsache, dass es halt manchmal ein Beruf ist, der jetzt einfach Mädchen nicht machen? Das Ziel sollte meiner Meinung nach nicht eine Prozentzahl sein, die man jetzt schon festsetzen kann, sondern das Ziel muss wirklich sein, dass jeder diesen Beruf wählen kann, der aufgrund von seinen Fähigkeiten, seinen Präferenzen und Interessen am besten zu einem passt. Unabhängig von was die Erwartungen in der Gesellschaft sind, ob das jetzt cool oder uncool ist. Das muss das Ziel sein. Und das ist dann vielleicht nicht bei 50-50, aber es ist mit ziemlich grosser Wahrscheinlichkeit ausgeglichener als die 95%, 5%, die wir heutzutage noch in vielen Prüfen haben in der Schweiz. Also die Lösung ist wie immer wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Und vor allem ist auch das Potenzial, oder? Genau. Wir haben Fachkräftemangel, oder? Ein wichtiges Thema und ich denke, dort könnte es auch helfen, oder? Genau, dort hilft es auf jeden Fall, wenn man nicht nur die Hälfte quasi von den potenziellen Bewerbenden hat, sondern alle. Und es gibt ganz sicher, es gibt Frauen, die die Fähigkeiten und die Interessen besitzen, um in einem typischen Männerberuf zu arbeiten, genau wie auch umgekehrt. Es sind nicht nur 1% oder 5%, wie man es heutzutage oft sieht. Und diese muss man dort ansetzen. Gut, ich finde es spannend, wenn du sagst, wir können es auch von diesen Prozentzahlen lösen. Aber schlussendlich wollen wir ja den Perfect Match zum einen für Jugendliche, egal ob Mädchen oder Junge, und natürlich auch für die Firmen. Ich glaube, was man festhalten kann, kurze Informationsmassnahmen, gerade in Form von Videos zum Beispiel, mit weiblichen Vorbildern als Beispiel, und eben nicht stereotypischen Inhalte, also dass ein Informatiker auch im Team arbeiten muss, zusammen Lösungen finden, in dem Mix oder aus diesen beiden Massnahmen kann helfen, um auch das andere Geschlecht zu begeistern, für den Beruf. Ich glaube, was wir doch auch nicht vergessen dürfen, dass man eigentlich das ganze Matching am Arbeitsmarkt, dass man eigentlich sozusagen für die Männerwelt viele Prüfe öffnen kann, und umgekehrt auch für die Frauenwelt, was einem natürlich dann auch als Branche und als Firmen extrem helfen kann. Und ich glaube auch die Auswirkungen, die man sonst noch hat, ich glaube jetzt auf die Karriere, auf auch den Lohn, auf eben den Fachkräftemangel. Ich glaube, wenn man auch das immer im Hinterkopf hat, dass das alles auch Auswirkungen mit sich bringt, dann ist es sicher wichtig. Ja, und jetzt nimmt es mich aber gleich noch wundern. Letzte Frage an dich, Patricia. Was ist so für dich dein persönlicher Wunsch für auch die Zukunft der Berufsbildung oder auch der Berufswahl? Ich glaube, mein Wunsch für die Berufswahl wäre wirklich, dass jeder diesen Beruf wählen kann, der am besten zu ihm passt, aufgrund seiner Fähigkeiten und Interessen und nicht aufgrund von erwartigen Normen, was cool oder uncool ist. Das wäre das Ziel. Das wäre mein Wunsch. Patricia, ich danke dir vielmals für dieses spannende Gespräch. Danke auch für deinen Einsatz für das duale Berufsbildungssystem in der Schweiz. Danke auch allen fürs Zuhören und ich hoffe, wir sind auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heisst Inside Berufsbildung.